Herzlichen Glückwunsch zu 65 Jahre CDU Rheinland-Pfalz mit Jürgen Klöckner, die ja nicht nur die beliebteste Politikerin des Landes Rheinland-Pfalz an eurer Spitze, sondern auch in Berlin eine ganz wichtige Frau. Ich wünsche euch deshalb ganz viel Erfolg, liebe Freundinnen und Freunde, Ihnen natürlich auch, die die CDU so lange erfolgreich in Rheinland-Pfalz nach vorne gebracht haben mit Namen Beermund Kohl, Bernhard Vogel und jetzt Julia Klöckner. Ich glaube, da können Sie alle zu Recht stolz drauf sein.